ja hallo messerfreunde es geht weiter hier beim hillbilly auf dem kanal schlag auf schlag jetzt machen wir hier gleich mal zwei zum preis von einem gleich zwei messerchen in einem video weil sie sich halt doch sehr ähnlich sind es sind die gleichen modelle es handelt sich um das neue real steel 130 einmal a einmal in der ausführung b und der unterschied ist hier eben bei diesen kleinen neckknives die klingenform wir haben hier einmal eine spearpoint klinge und einmal die warngliff klinge das ist der große unterschied der rest ist eigentlich gleich beide kommen mit einer kydex und mit wieder einem lanyard und diesem verschlussknopf hier kann man sich das teil um den hals hängen ich persönlich ziehe kugelketten vor aber schöne messerchen sauscharf liegen auch gut in der hand haben hier eine schöne sichere fingermulde kann so ein zeigefinger einlegen und mittelfinger und ringfinger haben auch noch platz und hier an dieser kleinen daumenrampe so ein bisschen jimping greift jetzt nicht wahnsinnig hart aber da kannst du nochmal schön daumen auflegen oder so richtig schöner brief öffner ne schöne gegroovte g10 schalen also muss man lassen haben sie schön gemacht richtig schöne griffig das material an sich ist schon ein bisschen rau von der oberfläche und dann natürlich durch die grooves ebenfalls noch ein bisschen verstärkter grip torx schrauben kann man abnehmen dann sollte man mal hier an dem lanyard rum spielen wollen wenn man hier wieder diese kleine aussparung in der griffschale und im stahlen loch kann man sich da was dünnes durch basteln serienmäßig kommt es hier mit diesen mini lanyards dran muss ich sagen ja sieht aus wie so ein schwänzchen da hinten dran schön ist was anderes man kann halt hier nochmal den kleinen finger hier annehmen aber dafür ist es eigentlich fast zu dünn ich muss sagen ich habe es am anderen neck knife habe ich es weg gemacht weil ich es ohne cooler finde aber das kann ja jeder selber entscheiden oder sich selber was dran basteln was einem gefällt na vielleicht ein schönes kurzes länger mit einem titan beat dran oder so egal ich sehe gleich weg und wieder dran das andere modell gibt es schön in blaze orange ebenfalls mit schönen orangenen g10 griffschalen und gegroovt muss ich sagen jetzt so rein vom optischen vom aussehen her gefällt mir natürlich die orangenen erstens orange finde ich cool an solchen wässerchen und auch diese spearpoint klinge finde ich jetzt ein bisschen schöner allein schon vom aussehen her vom praktischen nutzen her muss ja sagen wenn du halt sowas schneidest finde ich die klingen von fast praktischer wie hier da kannst du nämlich bloß vorne die spitze ansetzen weil dir sind ja ständig die finger im weg ja das ist geschmackssache was einem halt besser gefällt ich finde das orange hier ganz nett kannst du dann hier nochmal vorgreifen hier ist noch mal so eine mulde da wäre ein bisschen shimping drauf auch nicht noch schlecht gewesen ein bisschen hier hinten kannst du auch mal schön schneiden tolle teile kommen hier beides in der kydex sitzt man spürt jetzt nicht irgendwie so ein einraschtpunkt sondern es geht einfach rein und dann sitzt das modell da spürt man so ein blicken natürlich eine anders geformte klinge konnten sie wahrscheinlich ein bisschen anders drin arbeiten die kommt so senkrecht raus wenn man hier so ein wenig schräg drin sitzen muss aber beides hält das genietete kydex kann man natürlich auch wieder ein kleines pecklock oder so dran machen kann sein kürtel tragen muss man ja nicht unbedingt nur mit dem hals tragen aber das ist ein nettes kleines teilchen für sag ich mal ne wer sagt auch ich will kein taschenmesser mitnehmen oder sowas vielleicht lieber ein kleines feststehendes messer schauen wir doch gerade mal so eine klingenlänge an das ist eine klinge wie bei einem 91er victorinox aber wie man sieht im aufgeklappten zustand um einiges kürzer also wer sagt okay mit so einer 91er victorinox komme ich eigentlich schon ganz klar von der klingenlänge hätte es aber gerne ein bisschen robuster der kann hier mit so einem dreifinger fixblade wahrscheinlich prima zurecht kommen kydex an gürtel ne hier den das schwänzchen hier abmachen und dann hast du wahrscheinlich ein super guter edc alltagsbegleiter dabei ne oder noch kohling orange oder wer es in schwarz will ne man kann natürlich auch die klinge mit schwarzen griffschalen nehmen nicht schlecht herrschbeicht schauen wir doch mal an der 2 stahl kommt wie immer so scharf ja das ist ok ne beides hat einen hohlschliff ja oh ja die das ist natürlich eine schöne lange gerade schneide da ist ja wirklich ne da verändert sich nichts irgendwie das ist vermarkt oder sowas zum schneiden ist das gar nicht so schlecht mit der lang geraden schneide arbeiten zu können kann auch vorteile haben schön modell 130 b und 130 a wird es ebenfalls geben am kommenden wochenende bei der markteinführungsaktion bei der usia knife distribution links natürlich wie immer drunter hier haben wir das gleiche spielchen wie beim 127er neck knife der reguläre verkaufspreis wird dann nachher die 35 euro sein also 34,95 aber beim einführungstag soll es die dinge dann für 30 euro geben also an 5er gespart warum nicht ne 30 euro d2 stahl schönes g10 kydex dazu lanyard besorgt man sich noch so einen mini tech lock ich denke so ein teil ist ein interessantes messerchen am kürtel pullover drüber wunderbar robuster kleiner praktischer alltagsbegleiter also leute wartet nicht zu lang nächstes wochenende ich habe keine ahnung in welchen stückzahlen die dinger nachher verfügbar sind ich denke er wird sich schon mit ein paar kisten eingedeckt haben aber ewig lang wird es die dinger auch nicht auf lager geben beziehungsweise nur halt zwei tage zu dem günstigeren einführungspreis ich habe schon wieder mails bekommen willst du mich arm machen oder das hat eine geschrieben die riskieren meine ehe mit diesen ständigen aktionen so ist es halt in der messerbranche ihr wisst ja der gierkreislauf muss am laufen gehalten werden und das sind wieder mal schöne kleine spielzeuge immer was anderes zwischendurch ohne dass du so wahnsinnig tief in die tasche greifen musst gibt es natürlich mit sicher doch irgendwelche teure custom lösungen aber für uns ständige gear durch wechsler sind super teure custom lösungen einfach nix da greife ich dann doch lieber halt auf material aus dem regal zurück weil bei dem ewigen durch wechseln ausprobieren und ne liebhaberei spielerei hobby darf man das budget nicht ganz aus den augen verlieren da haben sie mir natürlich irgendwelche sonderangebote immer herzlich willkommen da kann man doch mal den einen oder anderen euro sparen also leute genug gequatscht aber das ist wirklich schön mit dem orange weiß ich auch nicht aber seit die mit diesem im outdoor bereich mit diesem blaze orange angefangen haben das gefällt mir einfach da kommt vielleicht irgendwann mal die zeit wo man es nicht mehr sehen kann und man geht wieder zurück zu schwarz aber momentan finde ich das einfach geil also leute wir sehen uns wieder hier auf dem kanal zum nächsten video denn ich habe noch ein paar feine sachen hier liegen und ja uns wird es nicht langweilig in den nächsten videos schauen wir uns noch drei neue kleine folder von sanremnu an und ich weiß dass demnächst noch ein richtig heißes teil hier eintrudelt aber jetzt geht es dann erst weiter nach dieser doppel folge real steel mit netten messerchen von sanremnu also leute zappen wieder rein es geht hier gleich weiter schlag auf schlag beim übel hier auf dem kanal ist heute powershopping angesagt also tschau leute bis zum nächsten video